Das Managen von Charts ist auch sehr eng verknüpft mit dem Einrichten einer Seite. Eine Seite ist dann ein vollständiges Layout, wie Sie es hier zum Beispiel sehen, bestehend aus einer Kursliste, einem Konto und auch ein oder mehreren Charts. Konten können Sie auch hier oben hinzunehmen, Kurslisten können Sie hierüber verändern und wie mit Analyse und Initialanalyse umgegangen werden muss, habe ich in einem anderen Film erläutert. In diesem Fall, was Sie jetzt sehen, ist es so, dass mehrere Charts geöffnet sind und jetzt noch final zum Abspeichern des Layouts noch die Anordnung fehlt. Da haben Sie die Möglichkeit Charts auszulagern, wenn Sie mit mehreren Bildschirmen arbeiten. Sie können an jedem beliebigen Punkt auf Ihrem Bildschirm den Chart bewegen, aber Sie haben hier über Charts anordnen eine sehr bequeme Funktion, zack, das Ganze in ein Gitterartig anzulegen. Ob das vier Charts sind, sechs oder acht, das ist egal. Sie können damit sehr, sehr schnell die Charts proportional anordnen, sodass Sie den Überblick haben über die Informationen. Wenn das jetzt alles für Sie, die Ihren Vorstellungen entspricht, gehen Sie her und haben die Möglichkeit, die Seite unter einem eigenen Namen zu speichern. Das heißt, alle Elemente, die Sie im Moment sehen, werden als Seite gespeichert. Seite speichern unter. Sie wählen hier einen Namen für Ihre Seite. Wir nehmen jetzt mal den DI30, weil wir jetzt auf dieser Seite ausschließlich mit dem DI30 gearbeitet haben und Sie sehen hier oben in der Kopfzeile der Plattform, dass das komplette Layout jetzt diesen Namen DI30 trägt. So, diese Seite fehlt uns jetzt hier unten noch in der Seitenleiste. Das sind die Arbeitsplätze, die Sie sich selbst erstellen können über die Konfiguration. Nehmen Sie jetzt zu den vordefinierten Seiten von WHS Ihre eigene Seite, klicken die auf ausgewählte Seite auf OK und in dem Moment sehen Sie in der Seitenleiste, dass ein Arbeitsplatz, ein Button, eine Seite hinzugenommen wurde. Wann immer Sie jetzt in dieser Seite etwas ändern? Klicken Sie auf Seite speichern, sodass diese Informationen dann auch dauerhaft gehalten werden. Würden Sie beispielsweise hergehen und würden das Konto austauschen, klicken Sie auf Seite speichern, bevor Sie auf eine weitere Seite klicken oder die Plattform schließen. Sie haben hier die, wir klicken mal hier auf die Standardseite. Das ist die Seite, die die WHS 11 erst quasi bei der Erstinstallation mit ausliefert. Jetzt klicken wir nochmal zurück auf den DI30. Das ist die Seite, die wir uns erstellt haben. Und siehe da, wir haben hier nochmal unser Layout. Wir haben die Kursliste wohl nicht mit gespeichert. Das müssen wir dann noch machen. Und auch dann, hups, auch dann jetzt das Konto nochmal an. Seite speichern. So können Sie sich bequem zwischen diesen, äh, zwischen diesen Seiten hin und her switchen und haben dann wohlmöglich, ja, ja, x-beliebige weitere Arbeitsplätze, die genau ein Thema von Ihnen fokussieren. Das können Aktien sein, das können, äh, das können Forex-Paar sein. Also, da können Sie Ihrem, Ihrer Fantasie, äh, freien Lauf lassen. Jederzeit hier über Konfiguration nehmen Sie die Seiten dann hinzu oder nehmen Sie auch raus. Das, äh, komplette Menü bezüglich des Seitenmanagers finden Sie hier. Hier haben Sie auch die Möglichkeit, äh, eine leere Seite zu laden. Das bedeutet, dass Sie quasi bei Null anfangen. Sie starten dann mit der Auswahl einer Kursliste, mit der Hinzunahme eines Depots, mit der Auswahl eines Charts, beginnen Sie dann, äh, eine, einen neuen, einen neuen Aufbau eines, einer Seite. In dem Fall könnte es jetzt der, äh, der, äh, der, äh, der Wollte 30 Cash sein, mit dem Sie jetzt eine neue Seite aufbauen. Würden Sie auch als Seite abspeichern, machen wir nochmal US 30 und somit hätten Sie eine weitere Seite angelegt. Seite speichern nochmal, alles nochmal speichern. Sie wechseln auf den DI 30, nehmen jetzt den US 30 hinzu. Es folgt ein neuer Button und hier finden Sie dann die Dinge, die wir gerade gemacht haben und Sie haben schon exakt einen neuen, äh, einen neuen Arbeitsplatz, eine neue Seite erstellt. Unter dem Seitenmanager finden Sie dann auch die Liste Ihrer ganzen Seite, was, was Sie von hier aus nicht ansprechen müssen, weil Sie ja die Seitenleiste haben. Nur wenn die Seitenleiste sich stören würde, könnten Sie die entfernen und dann hierüber die Seiten jeweils ansprechen. Sie können auch eine Startseite festlegen. Das heißt, Sie sagen, beim Start eines, äh, beim Programmstart soll diese Seite im Standard geöffnet werden und in dem Fall habe ich jetzt die Seite des Germany 30 gewählt. Und Sie sehen, das Hin- und Herswitchen zwischen diesen Arbeitsplätzen geht es sehr einfach und auch sehr schnell. Wenn Sie auf mehreren Computern arbeiten, können Sie auch über die Exportiere-Funktion und Importiere-Funktion ganze Layouts, Seiten von einem Rechner auf den anderen transportieren, sodass Sie, sodass Sie keine, keine Mühe haben, dass Sie das doppelt erstellen müssen. Das war's zum Thema Seitenmanagement.